Ja, willkommen zurück zu Tonyo Pro Skater 4, Part 14 dieses Mal. Ich habe vorhin mit Bama Gerard sein Profi Ziel fertig gemacht, durch die vier Glasscheiben springen. Ja, jetzt machen wir mit dem nächsten zwei Profi Skater ihre Ziele. Und zwar fangen wir mit Steven Cavallero an. Sein Profi Ziel. Dafür muss ich ein bisschen mehr tricksen als sonst. Aber ihr werdet ja gleich schon sehen, was ich meine damit. Ach ja, aber das ist schön so, wenn man so was spielen tut, sodass man da keine Langwelle dabei hat. Ne? Hangtellen. Kickflip Supermantel Grape. Handschuh von Family. Schöpfe. 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 ich kann euch jetzt schon mal sagen zu steven caballeros profi ziel ich muss viele punkte machen viele da kann ich euch gleich genau sagen wie viel weil profi ziel von ihm sehen die beherrschung das was anderes da ist ein profi ziel aufgabe und soll ich muss eine million punkte machen so 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 1,5 millionen haben wir schon fertig die aufgabe anstand juhu kickflip superman hang ten wie wir es ja kennen von tonjock 2 und so so wir machen mal weiter beherrschung wer herr der kandidatio in dem du die schraubenschlüssel in jedem abschnitt innerhalb zehn sekunden sammeln also ich muss alle zehn sekunden diese schraubenschlüsse sammeln und zwar drei stück gibt es haben wir leider nicht geschafft also die aufgabe wird ein bisschen schwer ich suche jetzt mal den zweiten hier der zweite findet sich direkt hier unten also das ist keine leichte aufgabe schon ein bisschen knifflig aber ich versuche mein bestes zu geben naja ja ich habe eine idee wie ich den kriege nur der muss klappen jetzt meine fresse ich sag's ja die pissaufgaben sind so schwer scheiße das funktioniert nicht so wie ich das möchte ich werde gleich so machen ich habe ja cheats ich mache gleich perfekte ballons an und dann schaffe ich das oder ich versuche das so noch mal vielleicht klappt das ja irgendwie ja so hätte das sein müssen Das kann nicht wahr sein, dass ich diese Scheißaufgabe nicht schaffen tue. Ja, haben wir es doch. Abgeschlossen. Hammerscore. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind auch schon fähig. Hier ist keine Aufgabe. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier ist eine Aufgabe. Knallerscore 540, 575.000. Hier ist eine Aufgabe. Hier ist eine Aufgabe. Hier ist eine Aufgabe. Wahnsinnscore habe ich auch aufgenommen. Wahnsinnscore mache ich hier. Hier ist eine Aufgabe. Hier ist eine Aufgabe. Oh, eine haben wir noch offen. Mal schauen, was das ist. Hier ist nicht jeder, dann müsste die hier sein. Superscore 850.000. Hier ist eine Aufgabe. 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 noch ruhig liff birks aufgabe habe jetzt auch soweit alles fertig noch kommt die letzte level dann bin ich damit durch status punkte kurz machen kreisleit kreisleit 15 minuten vielleicht schaffen wir das noch kreisleit so war der letzte tit von hier kreisleit 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 wo sein ziel ist weiß ich auch schon und so direkt hier tecàn krisel während du einen transfer von dieser quad pipe zum pool machst, ich weiss. also andersrum ja geklappt dann würde ich mal sagen beenden wir wieder und im nächsten part haben wir nur noch das letzte level müssen wir alles holen und viel spaß beim ansehen des videos